Musik Tauche ein in eine Erlebniswelt aus 40 Jahren Videospielgeschichte. Der Subotronshop im Wiener Museumsquartier ist ein wahres Paradies für Freunde gepflegter digitaler Spielekultur. Von populären Konsolen bis hin zu seltenen Kostbarkeiten gibt's alles, was das Gamerherz begehrt. Jetzt feiert der Subotron fünfjähriges Bestehen und GoTV gratuliert. Hallo, ich bin Jogi Neufeld, der selbstasperatische Selbstständige vom Shop Subotron im Museumsquartier. Ihr seht GoTV, die Party. Im Subotronshop findest du alles rund um das digitale Spielevergnügen und wirst dabei noch bestens beraten. Der Shop-Inhaber Jogi Neufeld hat seine Gamerleidenschaft zum Beruf gemacht und ist ein wandelndes Videospiellexikon. So, wir stehen jetzt vor dem Subotronshop, dem Treffpunkt- und Informationszentrum für digitale Spielkultur im Museumsquartier, im Quartier 21, Electric Avenue. Wenn man reinkommt, sieht man zuerst einmal jede Menge sogenannte Tabletops von ca. 1978 bis 1985. Und jetzt gehen wir weiter und betreten die heilige Halle. Da sehen wir die ganze Entwicklung vom Gameboy, vom ersten bis zum ersten DS. Diverse andere Handhelds, die teilweise nur in Japan erschienen sind. Da unten das allererste Handheld von MB, die auch den Senso bei uns sehr verbreitet herausgebracht haben. Dann da an der Wand Handhelds quer durch die Jahrzehnte des Autoraces. Das allererste Handheld überhaupt, auch mein allererstes Computerspiel. Hands-on Electronic Game Culture. In Subotron gilt die Devise, anfassen und nicht nur anschauen. Allzeitklassiker gibt es genauso zum Ausprobieren wie brandaktuelle Gadgets. Wir wollen halt auf jeden Fall, dass man es spielen kann, dass es nicht hinter abgeschlossenen Vitrinen ist zum Anschauen, sondern dass man es wirklich, wirklich erfahren kann, wie Spiele damals konzipiert waren und wie die Entwicklung ist. Videogames sind weitaus mehr als bloß ein attraktives Freizeitvergnügen. Jogi Neufeld tritt dafür ein, Computerspiele als Kunst- und Kulturform zu etablieren. Er organisiert Vorträge rund ums Thema und holt regelmäßig internationale Experten nach Wien. Wir wollen halt ein möglichst breites Spektrum abdecken, also wissenschaftliche Forschung, wirtschaftliche Themen, speziell Fokus auch auf Do-it-yourself. Fünf Jahre Subotron im Wiener Museumsquartier. Das gehört gebührend gefeiert. Jogi Neufeld lädt zu einem Zweitagesfest mit vielen erlesenen Gästen. Ja, wir feiern fünf Jahre Subotron am Freitag, 6. November in der Flugwanne mit einem jungen Schweizer Produzenten namens Wildlife und nach ein paar Stunden Schlaf am Samstag, 7. November im Schikaneder mit Existence, Film von David Cronenberg von 1999 um 10. Dann kamen alte Konsolen zocken im Kino und in der Bar spielt dort Matrix. Na, auf den Geschmack gekommen? Wenn auch du in eine digitale Welt aus Spitz und Bytes abtauchen möchtest, dann schau vorbei in Subotron im Wiener Museumsquartier. Spitz und Bytes abtauchen möchtest du auch noch ein Fokus auf dem Wiener Museumsquartier.